Hallo Pidi und Selma. Willkommen zu unserer Show Forum der Nichtarbeit. Ihr wart in Kairo für ein Jahr. Ja, stimmt. Stimmt. Wie war's? War ein sehr intensives Jahr, da war Revolution. Ah ja. Ja, Revolution. Und ich kam gerade vor zwei Wochen her. Und jetzt gibt's eine Gegenrevolution und ich bin ziemlich froh, dass ich in Berlin bin. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Ja, ich hab überlegt nochmal rüber zu fliegen, aber nee. Okay, jetzt sind wir richtig im Thema. Hast du von deinen Freunden gehört? Ja, sie wurden von deinem Mob angegriffen. Von deinem Mob? Ja. Ich dachte, der Mob kämpft jetzt gegen das Militär. Ja, zur Zeit kämpft sie gegen das Militär, aber sie haben ein bisschen Street Art gemacht und so. Und sie wurden Spione genannt und sie wurden ausgeraubt. Und dann waren sie in Gewahrsam, Polizeigewahrsam. Nee, Militärgewahrsam. Im Zentrum von Kairo. Ja, im Zentrum von Kairo. Dieses Jahr warst du die ganze Zeit in Kairo. Ja, die ganze Zeit in Kairo. Ich war kurz mal zu Weihnachten zu Hause. Und als ich wieder kam nach Kairo, wo das, fing es an, wirklich krass zu werden. Wie fing es an, die Revolution? Die Revolution. Ja, am 25. Januar, der Tag, wo die Leute gemerkt haben. Wir haben gar nicht gemerkt, dass da was abgeht, weil es waren Demonstrationen die ganze Zeit. Gab es auch vorher. Aber da ging nichts. Normalerweise haben die nichts geändert. Ja, es hat uns ein paar Tage gedauert, um zu merken, hier geht was ab. Wir haben das Internet abgeklemmt und so alles. Gleicher Tag? Nee, anderer Tag. Das war der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, hier geht was ab. Weil wir konnten nicht rausfinden, was los ist. Wir haben uns nur eingeschlossen in so einem Haus. Warum machten die das? Ja, keine Ahnung. Die hatten wahrscheinlich Angst, dass irgendwas passiert oder so. Okay, okay. Aber wir konnten Sachen sehen vom Dach. Wir haben nah an der Innenstadt gewohnt und so haben wir dann gesehen, wie Polizei kommt. Polizei, sag ich mal, Tränengas und... Oh, yeah. Ja, manchmal sind wir auch zum Tahrirplatz gegangen mehrere Male. Das war natürlich echt extrem gefährlich. Ja, klar, die haben die Polizei rausgeschmissen aus der Stadt, oder? Ja, am Anfang ging es noch um die Polizei, aber dann haben die diese Kriminellen entlassen. Einfach nur, um die Stadt zu terrorisieren und alle anzugreifen. Wer? Na, Kriminelle. Ah. Leute vom Gefängnis, die freigelassen wurden, die haben denen vielleicht zu 100 Pfund gegeben, sagt, hey, brennt alles nieder und macht die Proteste vielleicht. Sicher? Ja, klar. Ich habe es gesehen. Du hast es auch im Fernsehen sehen können, die Leute mit Kamelen. Ja, ja. Ich meine, Leute hatten echt extreme Angst und ja, die Polizei war fertig und die Leute haben gewartet, bis Mubarak zurücktritt oder das Militär kommt. Und das war dann auch so. Wow. Es hat 18 Tage gedauert. So, also wenn die, als die Leute die Polizei rausgeschmissen haben, hat die Regierung die Leute aus dem Gefängnis gelassen, um die Stadt zu terrorisieren. Ja. Und dann war die Aufgabe der Leute also ihre Bezirke zu verteidigen. Ja, aber auch Mubarak-Anhänger. Ah, auch, ja. Ja. Einen Tag, da waren nur Mubarak-Anhänger und diese Kriminellen auf der Straße. Für wie lange war der Tahrir Platz besetzt? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht die ganze Revolution lang und sogar nach der Revolution gab es Leute, die ja gekämpft haben. Ähm, du meintest, die Revolution war vorbei, an welchem Punkt? Na, als Mubarak zurückgetreten ist. Ich meine, die Revolution ist nicht wirklich vorbei, aber das war der Punkt für die Leute gefeiert haben. Zeit mal zu atmen. Ja. Und es geht immer noch weiter. Da gibt es immer noch Leute, die Stress machen. Es gibt Leute, die protestieren, weil die Forderungen wurden nicht erfüllt, ne? Für die Leute in Europa war das neu zu sehen, dass es in der arabischen Welt eine demokratische Bewegung gab. Andererseits, dass die Leute der Militär so vertraut haben. Ja. Also jetzt verlieren sie langsam, glaube ich, das Vertrauen in das Militär, weil die Leute, die jemanden erschossen haben, nicht vor Gericht gekommen sind. Und da gab es Beweise. Ja, klar. Ja. Ich weiß nicht, aber jetzt wird es echt schlimm langsam. Schlimmer als während der Revolution. Was meinst du mit schlechter? Naja, schlimm. Für mich, Revolution ist etwas total Tolles. Ja, das ist total wunderschön. Und die Leute sollten sich daran erinnern, wie geil das war, als Mubarak zurückgetreten ist. Jetzt finden sie raus, dass es nicht so einfach ist. Und ja, es ist sehr schwer, eine Regierung zu bilden. Und jetzt kommen Wahlen. Und das ist für die meisten Leute total schwierig. Weil nichts hat sich verändert. Ja. Und es gibt viele Kriminelle, die rumreden. Und mehr Fragen als vorher. Ja, ja, genau. Und es ist total beschissen. Was hast du die ganze Zeit gemacht? Ja. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit, ja. Ja, ich versuchte zu studieren, aber ich hörte auf. Und dann habe ich halt eine Menge total netter Leute kennengelernt. Wir haben eine Gruppe gegründet, um mit Revolutionen teilzunehmen. Und ja, wir sind zusammen zum Platz gegangen und wieder zurück. Wir blieben zusammen und die ganze Zeit. So auf euch aufpassen, oder? Ja. Einfach aus Sympathie. Ja, das ist total. Wir waren alle sehr aufgeregt und haben uns Sorgen gemacht auch. Und wir waren unterschiedliche Leute. Fremde, Ägypter. Und wir haben uns gegenseitig die Wohnung belegt. Voll. Ja, alles voller Leute. Auf dem Boden. Und 18 Tage immer die gleichen Leute. Ich habe ganz lange Duschen genommen, weil das war die einzige... Du habt euch einfach nur eingeschlossen, oder was? Ja, naja. Es war schon verrückt nach einer Weile. Immer nur mit den gleichen Leuten. 18 Tage lang im gleichen Raum. Und ich werde das aber niemals vergessen. Weil das... Diese Leute, die da waren in dieser bedeutenden Zeit für mich. Und die Geschichte... Auf jeden Fall der Geschichte Ägyptens. Ja, klar. Und ich konnte mit ihr nur einmal einen Tag Gassi gehen, wegen der Ausgangssperre. Aber... Weißt du, sie ist ein wirklich starker Hund. Und wir haben... In der Nacht haben wir Schüsse gehört. Wurde sie auch so berühmt? Ja, sie wurde sehr berühmt. Sie hat auch Namen gekriegt wie... Revolution Dog. Wie das griechische Modell. Ja, ja. Hast du gehört von dem griechischen Revolution Dog? Ja, ich würde sie ja eigentlich lieber zu Hause lassen, wenn ich zu einem krassen Protest gehe. Aber dann wäre sie drin geblieben und wüsste nicht, was abgeht. Und... Ja, ich habe den Leuten vertraut, mit denen wir unterwegs waren. Und sie hat den Leuten vertraut, mit denen wir unterwegs waren. Und sie ist nicht so gewöhnlich, in Ägypten einen Hund zu haben. Nein, absolut nicht. Wir hatten einige Probleme deswegen, aber... Ja, weißt du, wir... Sie... Sie machte, was sie konnte. Es gab ihr Bestes. Sie ist wirklich ein sehr starker Hund. Und sie war in Ägypten. Und also in Kairo. Und jetzt in Berlin. Ja. Und sie hat eine Revolution überlebt. Ich weiß nicht, wie viele Hunde das sagen können. Ich meine, das ist echt krass, wenn man darüber nachdenkt. Viele Leute haben das nicht geschafft. Gott sei Dank haben nicht so viele Leute... Wir mussten ihr Leben lassen für die Revolution. Was? In der Revolution? Ja, eine Menge Leute wurden getötet in der Revolution. Wie viel? Sie sagten erst mal 300, aber dann ging es einfach nur... Oh, wusste ich gar nicht. Das waren viel mehr, ey. Total krass. Ich meine, frag mich nicht nach irgendwelchen Zahlen, aber... Es ging an mit 300 und dann ging es einfach nur höher. So viele Verletzte. Ja. Und weißt du, wenn du dich an irgendwas bei dieser Revolution erinnern musst, dann sind das natürlich die Leute, die dafür gestorben sind. Da gab es einen Zwischenfall, wo die Familien von den Ermordeten demonstriert wollten. Und dann kamen diese Leute und haben sie angegriffen. Und die Polizei kam und das war eine ganz krasse Sache. Und dann die ganze Nacht Schüsse und... Das klingt wie ein Burgerkrieg. Das ist schrecklich, weil... Ja, weißt du, die wollten einfach nur erinnern an die Leute, die gestorben sind. Ja, ich fürchte, Leute vergessen irgendwie die Morde und wie schön es waren, als Mubarak zurückgetreten ist. Ich glaube nicht. Ja, aber ich befürchte, weißt du, dass sie... Nicht, dass sie vergessen, sondern dass sie irgendwie runterkommt von dem Film. Weil sie haben so viel erreicht und jetzt sind sie so frustriert und verwirrt und keiner weiß, wie es weitergeht. Weißt du? Weißt du? Ich weiß nicht. Es ist gerade ein total schrecklicher Ort. Und ja, als ich abgehauen bin... Ich meine... Ich fühle mich schlecht, dass ich abgehauen bin, aber... Ja, ich denke ab und zu mal zurückzukommen, aber ich weiß nicht. Ich bin traurig. Es sind eine Menge guter Leute und sie sollten einfach nicht mehr leiden. Was machst du als nächstes? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht schreibe ich ein Gut oder so. Oh, das ist... Naja, ich bin fast fertig, aber ich muss... Weißt du schon, wie es heißt? Ähm, ja, ähm... Ich will nicht sagen. Okay, na gut. Es ist äh... It's called ePayguns. Wie das Buch ePrayguns oder ePaylove oder... Ist ein Wortspiel. Ja. Ich weiß nicht, ob das so erscheinen wird. Ja, vielen Dank für das Interview, Selma und Philly. Ja, na klar, danke dir. Auf.